Somebody, good luck. Okay, ist jetzt hier irgendjemand in der Nähe? Also ich hab hier ja schon mal einen gesehen, durch... ähm... Ich werd hier erstmal speichern. Ich find scheiße, dass sie mir den Shortcut genommen haben. Aber, ist in Ordnung. Ähm, ja. Ich werd mal hier... Scheint jetzt ein Monster zu sein. Nein. Nein, da hab ich aber schon mal eine Statue gesehen. Bin ich hier irgendwo zu sehen? Ja, ich kann dich nicht steuern, das ist das Doofe. War anscheinend nicht. Da ist was. Das hab ich jetzt gesehen. Das ist zu offensichtlich, dass da einer rumwackelt und mich nicht sieht. Okay, der hat mich nicht gesehen. Gut, ich folge ihm mal. Nee, sonst dreht er sich noch um und sieht mich dann. Nee, 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 das lassen wir mal. Ähm, was ist hier? Kann ich das auch machen? Ja, kann ich. Und jetzt wieder zu. So, jetzt kann ich mich hier ein bisschen besser bewegen. I need a tool to break the wall. Okay. Jetzt brauch ich also irgendwas, damit ich die aufmachen kann. Ähm, was ist das hier? Schon wieder. Raum. Note to the stuff. Hier könnt ihr euch durchlesen. Ich werde das nicht durchlesen. Und irgendwie geht mir gerade die Musik etwas auf den Senkel. Ähm, ja. Dann gucken wir mal. Ich brauche irgendein Werkzeug, um hier weiterzukommen. Gut. Ähm, den nicht. Den will ich auch nicht sehen. Den will ich auch nicht sehen. Den will ich sehen. Okay. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Bitte lassen wir... Oh Gott, hat der... Die haben aber auch einen Winkel. Man darf den bloß nicht irgendwo reinrennen. Dann... Dann ist es eigentlich auch egal. Unlock... Unlock the door. Okay. Ah, okay. Jetzt bin ich hier. Verstehe. Da ist eine Büste. Dafür muss ich die... Wand also aufmachen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Was ist jetzt nicht... Kommt der mir jetzt etwa entgegen? Der kommt mir jetzt nicht entgegen. Ne, der läuft... Der läuft woanders lang. Gut. Ähm... Da ist noch einer. Und ich sehe auch schon... Das ist der... Das ist der Schlimmere. Weil da liegt die... Ähm... Da liegt die... Eine Statue und ich muss jetzt warten... Bis der halt da vorbeigekommen ist. Und... Oh, und dieser Ton. Dieser eine Ton. Aber der ist relativ schnell. Sieht aber trotzdem relativ unanimiert aus. Ich muss warten, bis er hier vorbei ist. Dann kann ich... Dann kann ich... Er sieht mich ja noch nicht. Er sieht mich hoffentlich noch nicht. F6. Funktioniert immer noch nicht. Wüste. Wüste. Yeah. Stay to head. Und jetzt schnell wieder aus der Rage, dass er mich sehen kann. Okay. Dann gucken wir uns jetzt noch dahin, wo er... Ist. Immer um. Oh Gott. Okay, durch. Schnell. Schnell. I'm leaving. Leaving. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist einfach episch. Müsst ihr euch angucken. Ähm. Der ist mir egal. Aber der sieht mich. Der sieht mich hier nicht. Der ist mir egal. Der ist mir auch egal. Der ist mir ebenfalls egal. So. Jetzt kann ich aber erstmal speichern. Aber das Spiel hat doch was. Etwas. Ein bisschen was. Stay safe. Okay. Ähm. Ich brauche jetzt ein Werkzeug, um die zweite Statue zu kriegen. Ist ja ein... Ne. Das hat er mir schon längst angezeigt. Au. 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 Der Ton ist ein bisschen laut. Wartet mal. Die Musik auch. So. Ja. Jetzt müsst ihr mich besser verstehen. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu leise, dass... Das ist jetzt gar nichts mehr vom Spiel hört. Wartet mal. Ich habe doch mein Mikrofon relativ laut. Ähm. Da kann ich da... Kann ich das auch so einstellen, dass es so ist. Dann habe ich auch mehr davon. Warum sind die Untertitel nicht an? Die habe ich eingestellt. Ah. Dafür brauche ich einen Neustart. Okay. Jetzt muss ich in das Lagerhaus. Da ist bestimmt auch ein Zombie. Oder was auch immer das ist. Wenn ich eine Aufnahmepause mache, werde ich die Untertitel anstellen. Okay. Der hat mich nicht gesehen. 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 Aber irgendwie... So ein Ambiente. So. Jetzt werde ich hier erstmal die Tür aufmachen. Sicherheitshalber. So. Unlock the door. Da ist ja ein... Was ist das? Was ist das? Item found in Meatuck. Also ein Haken. Ein Fleischhaken. Okay. So. Jetzt kann ich wieder laufen. Aber irgendwie ist das schon lustig. Also es ist mal was anderes. Es ist nicht immer dieses... Boah. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich irgendwas machen. Ich werde jetzt irgendeinen abschlachten. In einem Survival Horror Game. Sondern es ist mal... Hey. Es ist ein Survival Horror Game. Und Gott sehe mich bloß nicht. Ich stehe mitten im Licht. Und du siehst mich nicht. Intelligenz-Bolzen. So. Jetzt kann ich hier usen. Okay. Jetzt kann ich hier lang. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Und second item. A statue hat. Der sieht mich hier wirklich nicht. Nur wenn ich ihn anleuchte. Sinn. Spiel. Sinn. Ich nehme... Kann ich mir den Fleischhaken wieder mitnehmen? Anscheinend nicht. Okay. Das brauche ich aber noch. Immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das Monster schon vorbei ist. Anscheinend. Aber man hat genug Helligkeit, um was zu sehen. Das ist gut. Und jetzt. Living. Am living. Living. Am living. Living. Okay. Gut. Dann können wir jetzt in die andere Türe gehen. die total offen ist. Aber... Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das... Das ist... Der interessiert mich auch nicht. Der interessiert mich. Okay. Der läuft jetzt also... Die laufen immer ihre Schleifen. Und da... Kann es mir egal sein. Der sieht mich hier nicht. Jetzt muss ich aber aufpassen. Okay. Ich brauche aber immer noch... Die dritte Statue. Und ich weiß nicht, wo die ist. Ich speichere jetzt mal wieder. Ähm... Spiel speichern. Ja. Start. Hier irgendwo irgendwas brauche ich dazu. Aber auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal hier lang. Was auch immer hier ist. Aber anscheinend ist hier kein Monster. Die bewegen sich nur innerhalb. Der Lichtkegel ist ja immer... Immer... Groß. Also bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Saw. Ähm... Fresh and Blood, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe irgendwie Schiss. Ich höre irgendwas. Okay, das kann ich... Hm. Was kann ich da machen? Ich kann es vielleicht ziehen. Oder drücken. Ich könnte es jetzt nicht verstehen. Hä? Was? Ich kann es doch schieben, oder? Nee, anscheinend nicht. Oh, das gefällt mir nicht. Ah, okay. Die Tür... Scheint zu zu sein. Boah, ich habe gerade... Übelst den Schiss gekriegt, dass da jetzt ein Zombie ist. Und dass er mich jetzt gesehen hat. Und warum laufen wir immer noch so... Ähm... Kaputt? Ähm... Jetzt vielleicht muss ich doch ins Lagerhaus. Aber wie komme ich hier rein? Okay, ähm... Vielleicht... Ich gehe mal hier außen rum. Vielleicht ist ja... Irgendwa... Hm, okay. Jetzt... Das hat sie damit auch erledigt. Kann ich jetzt das Ding da irgendwie bewegen? Wenn ich gegenlaufe, vielleicht... Das ich dann wegdrücke? Nee, anscheinend nicht. Doch, es bringt was. Wenn man gegenläuft... Ja, ich habe die ganzen Visionen gesehen. Wenn man gegenläuft, dann drückt man es weg. Okay. Neuer Bereich. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein Monster ist. Boah. Schiss. Okay. Irgendwas ist... Irgendwas ist... Irgendwas ist auf jeden Fall böse. Und ich glaube... Wenn ich jetzt hier weiterlaufe... Sieht mich so ein Monster. Hey, woher wusste ich das? Deswegen sollte man immer vorsichtig sein. Jedenfalls im Stall. Und da... Hier muss die letzte Statue sein. Aber wo? Ah, da leuchtet etwas auf. Das ist jetzt das Schatte. Hey, klasse. Jetzt muss ich hier nur noch wieder rauskommen. Ohne dass das Ding mich sieht. Ganz vorsichtig und langsam. Langsam. Und jetzt sieht es mich nicht, weil... Ich mich hier unter verstecke. Okay. Jetzt kann ich wieder normal laufen. Huh. Aber der... Aber... Hey, Rätsel mag ich auch. Ich bin ein Rätselfreak. Und... Ja. Aber dieser Ton tut weh. Dieser Ton tut echt weh. Ähm... Ja. Jetzt muss ich jetzt wieder bloß hier wieder raus. Nicht, dass mich jetzt dieses Monster sieht. Es wäre natürlich fatal, wenn mich das bei greitem Licht sehen würde. Was hier überall ist. Eigentlich ist diese Map richtig gut beleuchtet. Eigentlich. Schließen. Schließen. Okay, ich kann es anscheinend nicht schließen. Aber ich habe jetzt meine drei Dinger. Jetzt gucke ich mal kurz, ob mich irgendeiner von denen sieht. Oder ob sich jetzt irgendeiner bewegt. Hey, wake up. Einen Moment. Ich muss jetzt mal kurz eine Pause machen. Herzlich willkommen zurück. Hier ist der Suicide-Kossi. Und willkommen zurück zu Flash. A Horror Story. Ja. Okay. Ja. Ja. Das hat sich gut angehört, finde ich. Ja. Letztes Mal haben wir hier Stop gemacht, wo wir die... ...die drei Köpfe hier einfügen mussten. Und dich auch noch. Dich haben wir auch noch. Und jetzt können wir diesen Knopf drücken hier. Oh toll, oder? Und jetzt können wir hier durchgehen. Yeah. Und ich habe überhaupt keine Angst im Moment. Denn ich habe gut ausgeschlafen. Und habe mich von dem Schrecken von Mentality erholt. Ja. Und jetzt gehen wir weiter. Aber dieser Ton ist immer noch nervig. Aber egal. Anscheinend sind hier keine Monster mehr. Boah. Ein Riesenhaus. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie wieder Schiss. Oh Gott. Wieso? Ladebildschirm. Endlich. Oh mein Gott. Oder... Frame... Bruch... Hat es mich auf den Desktop geworfen? Nein. Ich bin weg. Das ist schon mal gut. You are now in... The Blair Estate. Ich habe gedacht, es ist ein Maino. Okay. Okay, verstanden. Ich bin jetzt im... The Blade Estate. Okay. Okay, man. Was a bar. Come on. Oh ja. Ich habe aber hier keine... Ähm... Necrovision. Nenne ich die jetzt einfach mal. Aber ich höre schon wieder so eine Dinger. Ich will nicht. Warum leckt das schon wieder? Ich verstehe nicht, warum es leckt. Tut mir leid. Das Blut ist, muss ich noch rausfinden. Ich lasse... Ich lasse bloß gerade ein Video. Warte mal. Ich lasse... Wow. Ich lasse... Vielen Dank.